Der Transportplan beschaffen. Wo? Wir müssen bestimmt hier hoch. Da hinten ist so ein Teil, was wir ansprechen. Leute, wartet auf mich. Ach ja, wird's ja immer auf dem aufgeschraubt. Ja, ist klar. Äh, Schatz? Wo bist du hin? Ich bin da zu diesen runtergefallen. Ach, hier. Und den dann müssen wir tönen. Jaaaa! Oh Gott. Es ist kein gültiges Ziel. Und da ist dieser Plan drin. Die schlafen alle nur. Toll. Nicht so viel Sonne, hoffe ich doch. Möge die Dunkelheit. Es gibt Neuigkeiten. Ihr müsst vorsichtig sind, es gibt Neuigkeiten. Ach ne, ich abbrechen bin ich bescheuert. So, jetzt P. Ich hab was bekommen. Das ist besser als mein... Handschuhe. Was? So, was? Unterhaltet euch über das Ergebnis der Untersuchung der Leparisten und den Verbleib der Odella. Oh, geil. Geil. Ja, bei mir ist eigentlich nur noch... Sprech mit, äh... Flugtransporter Gryff noch was. Ähm... Ne, ich hab noch... Wo ist Odella? Spielt in Beluslan die Regionsquest durch und erreicht Stufe 21. Ja, das habe ich jetzt abgeschlossen. Hm. Ah ne, doch, äh, jetzt... Was ist noch da? Ne, das wollte ich sagen, das kannst du gar nicht abgeschlossen haben. Und erreicht Stufe 21 steht bei mir. Ja, bei mir auch. Ja, das ist aber dann... Bin wieder auf die Gebietsquest gegangen. Deswegen. Ach so, na, ich hab, äh... Ja, was hab ich nie offen. Äh, ne, ich hab oben zugehörige Quests einfach offen. Da wird mir das ja immer angezeigt. Äh... Ja, die zugehörige Quests sind alle. Ja, und da kannst du immer noch ausblenden. Hm. Ja, wir müssen zurück zur Beluslan-Festung. Ja, ich bin... Alles klar. Geht nicht. Scheiße. Oh. 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 Warum targetet er dich? Nicht mich. Nein. Warum schläfst du? Schatz. Hm? Warum schläfst du? Ja, wie, warum ich schlaf? Äh, was hast du gesagt? Du hast voll so'n Z über deinem Kopf. Das sieht aus, als ob du schlafen tust. Nö. Ihr habt kein Ziel ausgewählt. Alles spannend hier. Oh. Äh. Ach, jetzt wird mir das, äh... Äh... GK aufgestuft. Jetzt habe ich 4.000 und nochmal 2.000. Ähm, ich hab Stufe 2, 3.400 und 4.000. Ich hab noch Stufe 1. Ach du, du bist ja auch so'n Suchtier ohne Ende. Ich hab mir vorhin einen neuen Charakter gemacht. Hä? Sag doch, ich such dir. Äh, wie denn? Wem du einfach suchtest. Äh, wie sucht ich denn? Ich spiel genauso lange wie... Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger wie ihr. Wie ihr. Aber ihr habt eher auf mich gewartet, deswegen. Äh... 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 Wo seid ihr? Weiß ich nicht. Ach, da. Ich bin noch unten rein. Müssen da hoch. Wo seid ihr? Hä? Was? Äh, ich renne hier unten lang. Ja, wo denn unten? Wir müssen in die Richtung. Ja, ich renne um den Berg herum. Hm. Ob man da nicht irgendwie trebe? Ich renne hier jetzt einfach mal um den Berg herum. Ach doch, wenn du um den Berg herum rennst, dann kommst du auch an. War ne schlechte Idee, da rein zu springen. Ich komm jetzt nicht mehr raus, ich steck fest. Ohhhh... Schatzi, ne, oder? Doch. Ne, oder? Doch. Wärst du mir mal gefolgt... Ich bin rumgelaufen. Ich bin voll in die falsche Richtung gegangen. Oh Leute, das fick ich gar keinen Schaden. Krieg ich gerade mit. Hab mich aus Versehen zu dieser komische Paragge wieder zurück telefoniert. Aus Versehen. Äh, da bis B Solium oder so, genau wie die Karte da hieß. Na ja, vor allem nur aus Versehen, Zwinker, Zwinker, Tasten drück. Äh, wie denn? Ähm... Ach, ist egal. Wie spät haben wir das eigentlich? Zehner... Weiß ich nicht. Hier ist eine komische Kiste. Kann man eigentlich seine Fähigkeiten irgendwie leveln, Tyrox? Ja. Ja. Wie denn? Ja, öfters du die benutzt. Echt? Ja. Meine Zwei... Also das... Ja doch, meine Zwei sei jetzt mal. Hat sich auch schon auf Level 3 hochgestuft. Und hat jetzt mehrere Attacken hintereinander. Äh... Warte mal. Stufe 4... Stufe 1... Stufe 2... Stufe 3... Stufe 1... Okay. Ich vertraue euch mal. Wenn ihr mich anlügt, machen wir ein Duell. Verstehe ich nicht, aber okay. Ich auch nicht. Perfekt. Es ist zu spät. Zu wenig... Nee, zu viel Kaffee enttos. Oh... Oh... Schatz, du bist ja noch ganz weit hinten, ne? Ich bin ja auch wo festgesteckt. Naja... Nein, damit fange ich jetzt nicht schon wieder an. Wir hatten das Thema vorher erst. Ja, das reicht. Naja... Feststecken... Na, mehr kann ich jetzt nicht aussprechen. Nein. Warum? Sonst wird das Video ab 18 gestellt. Ach so. Warum? Oh, das wurde gestrikt. Oder das. Warum? Darum. Äh, warum? Weil YouTube sich so hat. Äh... Leute! Ich bin über... Siehe! Äh, Leute, was? Ich wollte eigentlich... Mario. Siehe! Ja, ich sehe mich auch. Aber ich muss erst nochmal das hier machen. Ansonsten kriege ich keine Belohnung. Wir haben sogar... Wir kriegen sogar einen schönen Gruppenvorteil. Gruppenvorteil 1. Physischer Angriff plus 5. Magie Angriff plus 5. EP-Erhöhung 3%. Weil wir eine Gruppe mit drei Personen sind. Okay. Müssen wir... Ne, da muss man nicht hin. Warte mal. Irgendwie renne ich gerade in die falsche Richtung. Du bist schon richtig. Du bist nur bloß da nach links. Ah, hier über die Brücke. Und da ist eine Brücke? Hier. Ach da. Und da hinten ist aber auch eine Brücke. Ja, da geht's aber wieder zurück. Na toll. Na toll. Na toll. Na toll. Na toll. Ja. Ach ja. Da steht ja DP. Ja. Welche Richtung? DP. Level 3. 4.000 von 4.000. Na? Ja. Das muss man da machen, damit man komplett... Keine Ahnung. Das ist ne gute Frage. Ähm. Ja, jetzt ist die Fresse oder ist da drüben? Wieso fliegst du da hoch? Ähm. Ähm. Bei Mienhafen ist ein blauer Pfeil. Aber ansonsten seh ich gerade nichts mehr. Wir müssen mit dem da reden. Oder ich musste grad mit dem da reden. Ja. Was sagt meine Liste? Ich soll nochmal mit dem reden. Ja. Geht in der Ordnung. Ich auch. Rottmannmühle, Kiriungslager. Was ist denn da in der Nähe? Okay. Und nutzt den Flugtransport um zum Kind... Ich hoffe man sieht sich mal wieder. Oh cool. Bist du da jetzt hin? Jo. Da weil dort in der Nähe auch so ein blauer Pfeil ist. Guck mal auf die Möcke. Die kannst du auch mit N nebenbei aufrufen. Stimmt. Lol. Da hast du unten äh den Mienhafen und da ist... äh... Suche... Suchende Ceska. Stimmt. Das müsste man bestimmt noch machen. Mhm. Ich bin grad über den Tyrox hinweg geflogen. Äh. Ja. Äh. Ihr geht grad zur Campsite, oder? Äh. Ich habe euch erwartet. Ja. Oh gut. Was... Was soll ich da machen? Ähm... Keine Ahnung. Ich geh jetzt erstmal da runter zu dieser Ceska. Dieses... Ähm... Den blauen Pfeil. Der bei dem Mienhafen ist. Warte. Nimm ich mit. Ja. Jetzt sagt ihr alle wartet. Aber... Am Anfang seid ihr die gewesen die immer vorgerannt sind. Ich hab nicht gesagt warte. Naja. Aber mein Schatzi. Die sind nämlich auch so eine. Immer vorrushen und... Äh. Wenn sie dann hinten ist... Warte. Ich hab doch jetzt kein einziges mehr vorgeruscht. Ja. Aber sonst immer noch. Das kannst du nicht leugnen. Hatte ich auch nicht vor. Ich hab nur gesagt, dass ich bis jetzt so nicht... Mh. Ich hab Hunger. Janos. Janos. Dann ess doch was. Keine Lust. Ja. Dann... Weiß ich auch nicht weiter. Dann geb ich dir ein kräftiges Gesundheit. Nein. Kick. Oh, das war ich. Das war ich. Macht mich das Vieh bekloppt im Kopf, ich klopke mich Hatz! Wartet auf mich! Nein. Ich bin gerade die ganze Zeit dabei, entgegen herzufügen. Äh, das mach ich zwischendrin auch mal. Äh, sind wir hier überhaupt richtig? Ja, wir müssen da weiter. Äh, sicher seid ihr da richtig? Nein, wir müssen weiter. Wir sind auf dem richtigen Weg, sagen wir es so. Ihr seid sicher sicher. Na? Ja. Na? Ja, ja. Na? Perfekt. Ja. Du hast schon recht. Irgendwie in der Art, glaube ich nicht. Du 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 du. Warum hast du so geguckt, Schanzi? Weil es mich bloß ein bisschen irritiert hatte. Damit kann man sogar Leute gut verarschen. Jaaa, mein Gebietskämpfer. Mein Vorarbeiter. So, ähm, da oben steht's, da die Truller. Finde den Schlüssel zum geheimen Hafen und bringe... Da ist bestimmt der Vorarbeiter. Kann ich nicht looten? Ja, ich mach gleich. Ich weiß ja, erst kann ich ihn looten, dann kann... Ach ja... Hatte ja auch so'n blaues Pfeil... Bei mir nicht. Bei mir schon. Äh... Was ist das, Junge? Äh, wartet! Wohin schleppt ihr mich? Was... was zum... Ihr habt gelogen! Still jetzt! Hört nicht auf ihn! Hört nicht auf ihn! Führt ihn ab! Er kriegt mich nicht auf dieses Schiff! Auf keinen Fall! Halt! Wer ist da? Hm, war wohl der Wind. Bringen wir diese Gruppe zum Forschungszentrum. Lasst mich los! Peru! Okay. Attacke! Ja! Vor allem so viele Wachen, die da stehen, hätten die mich bei dem Faust mitzuhalten, das hätte er da ges... Natürlich! Das ist das falsche Ziel! Was haben wir? Äh... Äh... Wir sollen hier noch irgendwas machen. Nö... So... Mir wird hier noch so'n Sternchen angez... Da... Sprech mit ab... Ja... Sprech mit... Abwertende... Ceska... Da... Das ist der Sitzung... Doe! Woppe! Du! Im Moment auf Elvis! Das ist der Sitzung! Du! Vielen Dank.